Das hat mit Kultur zu tun, da du hier veranstaltest. Du kannst ja das B streichen. Mach ein sinnliches Stück gleich. Sinnlich? Sinnlich. Nicht, muss ich hier stehen. Sinnlich. So, spann dich wohl, Leute. Ja, bei mir liegt er nicht. Du hast ihn in der Hand, deine Spannung ist oben. Du hast ihn in der Hand, deine Spannung ist oben. Du hast ihn in der Hand. Du hast ihn in der Hand. Da er immer wieder. Schön! 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 Musik 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 Danke, danke für dieses freundliche Geräusch, ehrenreiche Bürger von hier. Das war wirklich in der Tat niemand anders da selbst, dass die weitgereisteste, die am weitgereisteste, die Frau, die seit Jahrzehnten über diese Erdenscheibe schwebt, Anna de Parthos. Aber nicht seit Jahrzehnten, erst seit fünf Jahren. Ja, ja.